heute was geht ab heute ist montag das heißt maxout monday ist der erste montag der erste maxout monday im neuen jahr heute ist auch heilige drei könige feiertag gönnt euch ich habe letztens also mir fehlen auch 90 pokémon nicht auf max pushen muss ich habe vor dem ende des jahres noch gen 1 fertig gemacht und gen 2 beinahe von gen 2 fehlen mir noch vier das einmal kursson und scaraborn von denen habe ich nichts gutes weil die sind regional dann schnackmark von dem habe ich irgendwie einfach noch nichts und dann hat er die oster da haben einfach nur die bonbons gefehlt der wird immer noch gemacht das heißt wir machen mit gen 3 weiter und das heißt auch wenn ihr rechnen könnt da wir jede folge ungefähr drei pokémon maxen dass wir noch 30 wochen brauchen 30 wochen sind siebeneinhalb monate das heißt anfang zweiter hälfte dieses jahres müssen wir fertig sein ja bis dahin kommen auch hier und da mal neue pokémon aber auch nicht wirklich so viele deswegen bin ich immer heiß auf dem max on monday eins meiner großen ziele jedes pokémon einmal zu maxen ist zum greifen nach wie man schreibt gerne unten die tage was ihr diese woche gemacht habt und wir legen los mit gen 3 passen sogar zum event momentan denn was mal ich sortiere mal nach nummer wenn warte ist scheint rausgekommen zumindest mit hut auch wenn man den nicht entwickeln können ich denke danach nach dem event ist dann auch normal scheinbar am start das gen 3 oder eher das ist gen 3 hier ihr seht man kann die nicht entwickeln macht sinn aber hier die zwei weiterentwicklung können wir erst mal maxen haben wir mit papinella an für euch bewertung 100 prozent und power up ich erinnere mich noch wo der neue raus kam moment ich muss screen your color checken ok screen your color life wo gen 3 neu raus kam und da wurde so viel gemunkelt bezüglich der entwicklung kann man die irgendwie beeinflussen und ich habe auch ein video dazu gemacht und trotzdem haben leute immer wieder geschrieben hey ja weiblich männlich das und dies und das obwohl das alles belegt wurde schau dir mal die sind beide weiblich also hat das wohl nichts mit weiblich und männlich zu tun nur allein das beweise hatte man und trotzdem leute irgendwelche theorien geschrieben trotz gegenbeweisen da hat man gesagt ja es kommt auf die attacke an die wampel kann und so da habe ich eine wampel entwickelt mit derselben attacke und ist beides zu dem selben geworden theorie widerlegt und trotzdem haben die leute geschrieben ja es liegt an der attacke dann wie gesagt habe ich beide weiblich entwickelt es sind beide beide male beide geworden also die unterschiedlichen dann haben trotzdem leute noch geschrieben boah ne es liegt am geschlecht obwohl im video gezeigt wurde dass beide weiblich sind weiblich der papinella männlich der andere was halt keinen sinn macht weil es gibt weibliche unmännliche papinella aber leute haben es trotzdem nicht gecheckt was gab es sonst noch für theorien oh mein gott tag und nacht und sowas am tag papinella in der nacht pudox und so auch das wurde getestet viele interessante theorien anfang 3 bezüglich diesen zwei pokémon oder einem weil es ja nur ein wampel war lustig war lustig auf jeden fall wir haben wieder ein bisschen stopp gemacht momentan ist ja nicht wirklich stopp event sondern nur durch blüten gibt es doppelt stopp heute gab es einen fetten stopp bonus da wenn du singt und mit dem bonus hat man noch extra stopp bekommen und wenn ihr die 100 kilometer geknackt hat und dann auch am sternstück gezündet hat dann ging es ab es gab glaube ich über 90.000 stopp dann so papinella auf max gleich muss ich dann auch mal gleich mit bibo und sowas vergleichen die boahs network nachdem ihr kudos gemacht haben also 17 65 765 sowas gefällt mir dann ja ist der kudos noch schnell für euch einen videocheck haben wir noch nicht gemacht aber ihr könnt mir vertrauen wir haben ja wie gesagt damals in dem video alle entwickelt da hatte ich relativ glück also ich habe drei hunderter wampel gebraucht um beide zu bekommen also ich habe einmal denselben bekommen und dann beim dritten mal das andere und dann hatte ich beide aber für shiny familiensammler könnte das tricky werden mit ihr könnt auch gerne unten schreiben ob ich schon shiny irgendwas mit tut hat wampel oder wohin genannt oder vertikal scheinen die chancen sollen ja recht hoch sein aber von dem mache ich keine rates weil ich bin kein shiny familien oder hut sammler ich habe da mein shiny lucky win genommen das reicht mir wobei shiny lucky win genommen mit hut wäre schon ein kleiner upgrade und vertikal ja auf jeden fall event läuft stern staubbonus wobei das nur fürs brüten aber brüten ist halt so dass nur zwei viele zwei kilometer am start sind weil die uns natürlich chancen geben wollen für shiny wampel mit mütze und obwohl aus den zwei eigentlich am meisten staub in relation zu den kilometern kommt mag ich meine super inkubatoren nicht dafür verschwenden klar auf zehn kilometer gesehen würde man mit nur zweier brüten mehr machen als mit einem 10i wenn man es hoch regnet aber man verbraucht auch die fünffache menge an hut maschinen also das ist es mir dann doch nicht wert falls ihr versteht was ich meine zumindest nicht bei doppel staub ich habe es beim letzten grund gemacht mit drei fach aber doppelt ist zu wenig ich meine zwar alle zehn und fünfer in super inkubatoren jetzt und auch wenn es relativ ungeheilmäßig ist und ich dadurch kein stern stück zünder doppel staub ist okay auch einfach so und es gibt ja momentan sehr sehr gute sache ich habe mir das gemacht aus dem zehn an schrift eigentlich nur sehr saftiges außer wasch war er es leiden der schrift leider ein bisschen zu häufig aber ansonsten sehr sehr saftige dinge so pudot extrem low extrem extrem low was sind da los bei pudots man so max pudot tacken kümmern wir uns irgendwann mal drüben hier ein käfer sortieren wir nach wp so käfer scherungs und pinsel und ja mega natürlich aber um 2082 mich interessieren so die fliege die bohr 18 46 smed bob 18 27 sogar der hat 18 15 und dann pappinella 17 65 und pudots 12 24 was da los dann machen wir den pokédex einfach weiter er ist schon gemakst vom quest day übrigens es wird über einen neuen quest der gemunkelt mal schauen ob endlich mal einer kommt war eine beliebte reihe war ein beliebtes event kann man das so nennen feature und gab schon länger nicht mehr bin gespannt wir haben den hat gewonnen soja 334 ist genug das ist ein tangle ist also auf deutsch den können wir hier auch noch wachsen und dann war es das nur noch 87 schritt für schritt kümmern mehr staubtechnisch ja staubtechnisch habe ich natürlich nicht genug um noch diese 87 pokémon zu wachsen da brauche ich ungefähr 20 millionen das heißt ich bin 16 millionen irgendwas ungefähr im minus die musik mir erst noch erfangen und erbrüten aber bis dann können wir auf jeden fall noch ein paar wachsen und mache jede woche ein bisschen staub sollte reichen um jede woche da meine drei pokémon zu maxen aber auch so ein richtiges staub-event mit fangen wo man dauerhaft sternstücken kann freue ich nicht auf jeden fall dieses event mit dem brüten läuft ja zwei wochen sogar es läuft noch sehr sehr lange und auch wenn man da nur mit dem unendlichen rumläuft und brütet das sammelt sich auch schon an die vor allem in zwei wochen was man da alles brüten kann und wird da sammelt sich auch gut staub wieder an also ja guter schritt wie gesagt 87 noch was hatte ich gesagt 30 wochen jetzt 29 wochen noch also dieses jahr ich habe ja ein video dazu gemacht bisschen kontrovers letztes jahr von pokémon go aber wir nähern uns dem ende von vielen sachen auch jetzt gestern hatte mich einer angeschrieben wie es ging raus an vb munich mit dem war ich befreundet und er hat so geschrieben hong du kannst mich löschen aus der liste ich mach ne pokémon go pause oder bin nicht mehr aktiv pause man weiß ja nicht ob er komplett aufhört er weiß es ja selber nicht auf jeden fall momentan keine lustung ja das ist ja schade bei vielen leuten ist es so viele in meiner liste zuletzt vor zwei tagen online gießt er es nicht mehr gegermäßig am aufmachen so ist das spiel so ist das leben aber ja schauen wir mal wir wollen nicht zu deprimieren und down sein sondern die letzten die letzte zeit sage ich mal ich weiß nicht wie lange noch auf jeden fall genießen das auf jeden fall auch wenn wir uns dem ende nähern die zeit wird auf jeden fall genossen paar gute momente sind auf jeden fall noch am start und noch drinnen und wer weiß was so alles noch kommen wird vielleicht liege ich auch komplett falsch sommer jetzt geht über kassab neuer hype und boom wer weiß kann auch passieren alles kann passieren habe ich ja die check gemacht für euch ja ich glaube schon habe ich gemacht das ist auch eigentlich ziemlich cool auch eine verrückte kombination hier merkte ich hier merkte ich wir gehen wir haben schon relativ guten stock drei pokémon max wir hatten 3,6 ungefähr wir haben 100 junges pro pokémon fast 200.000 pro pokémon und ich habe auch mit ungefähr 200.000 pro pokémon geregnet deswegen bin ich so auf die ungefähr 20 millionen gekommen wird aber wahrscheinlich ein bisschen weniger sein weil jetzt kommen dann auch noch von gen 4, gen 5 viele lucky pokémon wo ich nicht 100 habe sondern nur lucky 98 und sowas 100er fehlen mir noch 55 normale und 19 legendäre falls es jemand interessiert wobei ich glaube 21 weil ich habe die dioxysform nicht mitgezählt glaube ich von denen habe ich wow keine ahnung 23 also schauen wir mal auf jeden fall max 100er tango list ok das war's von mir leute und dem max out monday der erste in diesem jahr passend zum event pooldogs und papinella und dann einfach den pokodex abgearbeitet es fehlen noch 87 pokémon auf max für das große ziel das war's von mir leute ihr wisst bescheid wie immer like, subscribe, kommentieren checkt die videos ab folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter checkt den shop ab vergesst nicht pokémon serious business